Und da sind wir wieder bei Versus FNAF 1. Ich glaube, jetzt haben wir die coolste Woche. Wir haben Faxi. Und wir müssen natürlich jeden rappen, der hier ist. Also in dem Fall Faxi. Ich weiß ja nicht, wenn man das dritte Lied schafft, ob da noch eine spezielle Cutscene kommt. Ich weiß es nicht. Ja, lach du ruhig, Faxi. Wer hat so lacht, lach. Das sieht auch ziemlich sweet aus hier. Okay, Faxi geht gleich mal richtig ab. Okay. Hätte ich eigentlich denken sollen, das ist ja jetzt sozusagen die letzte Woche. Sozusagen. Hätte ich damit rechnen sollen, dass Faxi dann so ziemlich die schwerste Woche wird. Alter! Das ist kein langer Song jetzt, by the way. Aber der hat in sich. Okay. Das ist noch überschaubar. Das ist noch mehr als überschaubar. Ha! Ich kann hier wieder drücken, wie sonst immer. Faxi, go, go, go. War das nicht sogar ein Minigame? Ich weiß nicht mal, ob es das ein offizieller Schnapper oder ob es das ein Dayship Freddy's war. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich Dunkeles im Kopf. Ey! Ich habe gar nichts gesehen! Boah! Das war fies! Das war fies! Sag ich euch! Aber wir haben den Song gleich geschafft. Wir haben den gleich geschafft! Ich würde aber gerne noch sehen, welche Noten ich drücken muss. Also bitte nicht so reinzoomen. Danke. Und jetzt hat Vergeist in den letzten Sekunden. Das wäre es ja. Nein! Der fand es lustig. Das hat Spaß gemacht. Sieht zumindest danach aus. Oh-oh. Jetzt macht er ernst. Flup! Das sieht auch so böse aus. Ich sag... Oh-oh-oh. Okay. Zweieinhalb Minuten? Okay. Das letzte... Oh mein Gott! Das wird jetzt sowas werden. Oh! Da ist wieder Shadow Freddy! Ist es so ein kleines E-Stake, sozusagen in Versus FNAF 1, dass da immer Shadow Freddy irgendwo auftaucht? Okay, das ist noch simpel. Bisschen? Ich darf jetzt nicht so viel auf Praxis schauen. Ich muss jetzt echt mehr... schauen, was ich drücken muss. Dieses Lachen. Boah, ich möchte halt wissen, wie schwer der dritte Song wird. Ich meine, wir schauen uns den dritten Song sowieso an. So ist es nicht. Aber ich schaue, dass ich das irgendwie hinkriege. Dass man nicht unbedingt den Song auswählen muss, sondern dass wir legit uns den dritten Song anschauen können. Was? Boah, das ist ja noch viel cooler. Ist es jetzt in dem Pixel-Lock? Das ist ja so richtig geil gemacht. Also, holy shit, ist das geil. Und auch die Kinder da im Hintergrund. Die Mod geht all-in, ganz ehrlich. Richtig geil. Aber fühlt sich das noch nicht so schwer an. Es ist kein Through Fire or Flames. Definitiv. Oh. Ich habe irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken sollte. Oh, ich muss die Taste drücken. Oh, okay. Ups. 3, 2, 1, down. Ich hätte gedacht, ich muss die Taste nicht drücken. Also, es ist aber ungefähr fast wieder da. An der Stelle. Jetzt haben wir es gleich wieder. An der Stelle. Und ich muss die spezielle Note erwischen. Okay, das war das Here I Come. Ach, das... Ja, okay, jetzt verstehe ich warum. Okay. Gotcha. Ist immer die gleiche Taste? Ja. Okay. Das macht es gerade ein bisschen einfacher. Okay. Okay, das macht es nicht einfacher. Da musst du echt höllisch aufpassen. Immer... Weißt du, wenn du normale Taste nicht triffst, ist nicht so schlimm. Aber die spezielle Taste musst du einfach treffen. Weil dann... Ja. Puh. Das war knapp gerade. Der versucht es nochmal. Der versucht es nochmal. Er versucht es nochmal. Oder? Nee? Okay, er versucht es zum Glück nicht nochmal. Okay, dritter Song. The final song? Was nun? Was? 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 Hä? Oh Gott, ist es... Oh Gott, mit dem schon... Was? Ist das euer Ernst jetzt? Das ist so geil. Geil gemacht. W... W... WTF? Okay. Das ist mal richtig geil gemacht. Das hätte ich jetzt... Nee, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Schauen wir mal, ob es... Okay, das sieht man noch nicht nach speziellen Tasten aus. Aber ich befürchte, da kommt irgendwas. Das ist so geil gemacht. Okay, das fängt sehr leicht an. Leicht. 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 Okay, vergiss es, was ich gesagt habe. Das sollte machbar sein. Hups. Okay, das ist auch ein ziemlich geiler Song. Okay, das haben wir jetzt in... In der Backbedingung nicht sagen. Oh, es regnet. Irgendwas kommt jetzt. Irgendwas Spezielles, was ich drücken muss. Oder? Ich hab so's im Gefühl, weiß, dass ich noch eine spezielle Taste drücken muss. Was ist dann? Sturm. Es kommt ein Sturm. Ja. Mega Unwetter. Was? Whole Space? Was? Was? Wie? Whole Space? Den Try mache ich jetzt noch. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ach so, siehst du. Ist ja eigentlich okay. Ist soweit okay. Ist okay. Ja, es kommt der Regen. Das ist schön für den Regen. Es kommt ein Gleis Unwetter. Also brauche ich noch die Leertaste. Das wird hui. Also ich will zumindest einmal die Leertaste drücken. Okay. Here we go. Here we go. Also ich muss sie erhalten. Sozusagen. Kommt gleich. Alter. Macht das dann jedes Mal? Nee, okay. Alter. Das ist. Das ist extrem. Okay. Ich habe es auch mal versucht. Das war mein Best Shot. Dann lasst es gut sein. Wenn ihr hier klickt, gibt es auch noch ein kleines Friday Night Funk im Video. Ein richtig cooles. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020